10 Forderungen für eine bessere Handelspolitik 2. Nachhaltige Landwirtschaft Wir wollen nicht noch mehr Chemie und Antibiotika in der Landwirtschaft. Deshalb dürfen Handelsabkommen die Standards nicht senken. Nachhaltige und ökologische Landwirtschaft ist besser für die Umwelt, die Tiere und für uns. Eine gerechte Handelspolitik ist möglich. Teile dieses Video mit deinen Freundinnen und Freunden.